ja hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen kleinen video und zwar habe ich eine kleine ankündigung zu machen im hintergrund seht ihr einen kleinen mitschnitt vom twitch stream breaking point ein komischer cheater oder hacker der granaten schmeißt und fliegen kann und so ja solche leute gibt es leider immer wieder aber egal was ich eigentlich sagen wollte ich habe eine kleine ankündigung zu machen und zwar gibt es in der nächsten zeit vor allem unter der woche am wochenende weniger aber unter der woche jeweils abends so ich würde sagen ab 7 halb 8 uhr eigentlich fast jeden tag in live stream auf twitch und leute wenn ihr interesse habt schaut vorbei es werden hauptsächlich ama spiele gespielt oder daisy wie im hintergrund seht breaking point oder altes live und 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 was es da alles noch so gibt ich werde da mit meinen kollegen zusammen spielen und ja da seht ihr gerade im video wie der typ abhebt jetzt sitzt er einfach da oben und ich kann nichts machen wir müssen kurz gucken nachher werde ich einfach so erschossen ich weiß nicht ob es ein kollege von ihm war oder was auch immer aber egal zurück zum thema leute auf twitch ab jetzt eigentlich fast jeden abend guckt vorbei wenn ihr freude habt an sowas ich würde mich freuen ein paar zuschauer zu haben und ja meine kollegen sicher auch ja das wäre es eigentlich den link zu twitch findet ihr unter diesem video guckt mal nach ansonsten abonnieren kommentieren bei fragen schreibt was und sonst bis zum nächsten video auf wiedersehen tschüss